Kommen ein bisschen Skill, das haben wir trainiert Ja, nein, ne ok Soooo, willkommen zurück zu Star Revenge 6.5 Also Ja, ich hatte zwei Jungen und Safe Warte mal, habe ich noch einen Safe? Das ist ja nicht Ne Ok Ah, da habe ich keinen Safe mehr Dann starten wir halt wieder hier Ist ja auch egal Ist ja nicht so weit bis ins Schloss Und rein da Und rein da So Gucken wir jetzt hier auf dem Staat um Oder ist irgendwo vielleicht ein Staat gekennt sein Das kann natürlich auch sein Ich glaube ich habe den Stern Da unten ist so ein komisches Schatten Und Und ich rutsche gerne mal daneben Achso, der ist ein bisschen in der Höhe Ich dachte Das Rutschen reicht Ähm, komm Wo ist er? Nein Nein, da Weg So, das war gleich am Start Ja Dann kommen wir rein und gehen in die Cage Also in den Käfig Also in den Käfig Käfig Gut Ach komm Geben Geben Was hat Bro die Tiere eingetan? Ah, eine schöne nette 5 Münzei Hätte ja Hätte ja auch schlimmeres sein können Hätte ja auch schlimmeres sein können Oh Ah, okay Eine leere Box Eine fies versteckte leere Box Eine Münzreihe Dort drüben ist Ah Der Stern War klar, dass der hinter dem Käfig war Muss ich da rundherum gehen Ist natürlich Sehr schön Freut mich natürlich zu hören Was haben wir hier? Bully WTF Ja So Genug Bully WTF Ja Ich sehe Sniper WTF Mit ärgstem Rückstoß imagine Jo め Jo 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 Und Jo Jo kommt der spinne bombe 10 minuten höhlen eingang oh gott zu dank ging es da lang So erstmal ein Save Geh mal weg der Bully Darüber Sniper Geh weg Ein Switch Was ist hier oben? Danke Hätte man mir auch ein bisschen früher sagen können Muss sagen, ein sehr netter Weg, wirklich Ach, komm, Kamera, dreh dich Dreh dich genau in dem Moment Ja, wenn wir jede zweite Kiste Sertrümmern, wird das nichts So, dann haben wir den Käfig Ne, das war Cave Das war Nicht Cage Okay, was ist dann der Käfig? Muss ich wohl noch danach suchen Ich hätte jetzt gedacht, dass das der Okay, also der Käfig da Na, Käfig, Käfig, das war ja ja Gitter, stimmt Käfig ist ja schon ehres anderes, aber So So Ja, 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 ja Ja, ja Ist klar Da ist ein Bully drin, den befeu ich jetzt nicht Da unten geht es auch weiter Warte mal, das ist doch, ja Das ist dieselbe Box Die Juggie Box Warte mal Gehen wir aber da nochmal lang So Haben schon wieder die beste Kamera überhaupt Damit der Sniper ein gleichmal killen kann Perfekt Und da ist noch ein Sniper Komm Stift Bitte Jakja Ne, 5,3 Ähm, da geht es noch hoch Wow Das war ein bisschen rutschiger als ich gedacht Ist mein Sechstes Das war so klar, dass das ein Bully ist Wacht ja Ich mach mehr Feuer Okay, wo geht es hier lang? Äh Es war so klar, dass das ein Bully ist Da ist nur ein 1-Up Das war so klar, weil, das ist ein Bully ist Ja, du sagst, das ist nicht Da ist das ein Bully ist Ja, da ist es ein Bully ist Das ist das ein Bully ist das ist empfehlte ja danke es wäre der nächste stern gewesen immer noch nicht den kitts gefunden ist hier nicht hier geht es nur in den abgrund kann man eigentlich von da rüber ja mit etwas skill geht das da ist der piecewitch mal gucken wo die Münze noch tauschen ich brenne aber ich habe den hundermünnstern so was haben wir hier Sniperkugel das ist ein das ist auch ich teuer sammelt in 100 Münster noch mal in einem noch mal ihren Töten den da die freundlichen nicht den poli weil das unnötig ist sondern das ist nicht von der spinne töten warte mal was gesehen er geht hoch die stil ist klar stirbt du dämliche spinne da oben zehn münzen und ein gegner eine bombe aber da ist der eingangs wird erst mal schaden bekommen ja kann man hinnehmen um ja genau da war die fünf münzreihe mal was mit das sind sie weg so leckte feuer das war wieder mal so klar unfähigkeit gehört bestraft auch weg die ich meine irgendwo hier muss ja auch noch was seine mein sollte zumindest ich habe jetzt noch kein käfig gefunden gibt sie bei einem freundspiel wohnen war oder so was ist mit dir ja ist klar und gott sei dank war das nicht so schräg dass ich abgerutscht bin sondern dass ich mit feuer da rennen konnte ja lass mich da mal runter rennen hier ist mal nichts am abgrund abgrundsweitsprung out of the map nichts da ist auch ja geht doch wo hat noch ein leben das hatte ich gar nicht geachtet meine lebensanzeige jump fehlte diese welt wieder ein stern oder nee zwei noch zwei noch okay also cage und äh ja noch irgendwas was ich jetzt noch nicht weiß ich meine glaube ich habe mich in dieser höhle noch nicht ganz umgesehen ich meine dass da noch was ist zum beispiel da hinten müsste man noch irgendwie hinkommen das vermute ja auch noch ein stern da war eh klar äh spinne ne bist gar keine spinne dann heißt mich halt du sniper ein bisschen scheiß auf den schaden eine spinne so die box war hier 10 münzen genau die zweite war eine bombe oder so die jetzt nicht öffnen also wusste ich doch dass es da auch noch lang geht warte mal das ist aber nicht so dass ich mich da hoch treten kann oder so komm bisschen skill das haben wir trainiert ja nein das machen wir jetzt auf diese art das training soll sie hier gelohnt haben wenn marvin den paar zieht wir sicherlich wissen was ich was ich meine hier ist ach komm jetzt rutscht doch auch boah das war zu nah an der kante vielleicht geht es mit dieser kamereinstellung hier besser nicht unbedingt nicht unbedingt perfekt perfekt fällt ja wort es war klar dann auch noch dieser gegner drin platziert der mich da auch noch gesehen hat auch spring doch mario bitte und der letzte sprung klappt natürlich nicht klar nie das machen wir jetzt auf dem Fall dachte ich kann auch treten um ja das schnelle sich der Land bringt da nichts ja und mit dem zu schnellen sich der Land hat wir haben perfekt gelegt danke Marvin für deine extremen Version hat mir jetzt in diesem Fall sehr geholfen das war Cage anscheinend ja vor ja sehr toll hatte mir schon fast gedacht dass der hinten eben hinfallen muss ähm zumindest meine ich dass das dort hinten ist weil das eine von wenigen Flächen ist wo ich noch nicht war ähm warte mal kann ich von da darüber mit einem Weitsprung vielleicht mit dem richtigen Winkel direkt auf die Lava so das wäre ein Versuch wert ja an der Bande muss man hier vorbei ne so jetzt wird ihr geskillt was das Zeug hält aber so geht es nicht das könnte gehen aber ich bin ja vorhin auch gerade da hoch gekommen so ja 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 ok ok vielleicht jetzt sind wir drüben besser von der Box geht's gut so mit dem doppel Sprung weiter wäre netz ja 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 an die lava skiller so erstmal hier und seishi machen der stern okay sehr gut alle sterne ohne nachschauung gefunden wenigstens mal in dieser welt dann würde ich sagen gehen wir in nähe zuerst reden wir jetzt noch mit den top bevor er den party wenden das was tun zu sagen ich glaube ich weiß was passiert die flue außerhalb des kassels erscheint die Pigs in unserem kassel um die Portale zu parallele Dimensionen zu machen so ein interessanter Plan ich frage von wo es kommt ja da wird es nicht irgendwo in einen Kanonen mit dem ich mich da hoch schießen kann und dort, keine Ahnung vielleicht Welt 15 vielleicht ist dort auch der letzte Bowser irgendwas wird da oben schon sein im nächsten Part werden wir hier in höchstwahrscheinlich Welt 3 gehen ja dann sagen wir mal bis dann und auf wiedersehen so kommen wir zur Endcard links in grüne Schrift könnt ihr nochmal zum vorherigen Part in der Mitte in blauen Schrift könnt ihr mich abonnieren wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt und rechts in roter Schrift könnt ihr wie möglich zum nächsten Part sobald einer erscheint und wenn ihr auf Blackshear Dry Bones klickt könnt ihr zu meinem Zweit Kanal in dem ich Real Life Videos drehe und ja schaut mal vorbei wenn es euch gefällt und ja ich bin einer von den Dry Bones aus dem wie möglich je und 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 und